Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Acer mit mir, Shine, hier. Heute, wenn ihr es nicht schon gehört habt, auf Deutsch, und diesmal muss ich mit euch über Amazon reden und Herr der Ringe und Amazon. Ja, und einfach so über Sachen, die gerade abgehen. Also, ich wollte gerne, jetzt wo Rings of Power, die zweite Staffel, komplett draußen ist, die gerne durchpinchen, durchgucken. Aber, 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 anscheinend hat Amazon auch eine Shrinkflation. In deren Prime-Angebot. So, dass jetzt pro Folge von der Serie, vielleicht bei Filmen auch, bin ich mir nicht sicher, fast drei Minuten Werbung sind an verschiedenen Stellen. Und ich so, Leute, was geht bei dir, Jeff Bezos? Ich zahle doch schon, keine Ahnung, wie viel im Jahr dafür. Und jetzt möchtest du auch noch drei Euro pro Monat, sorry, 299 pro Monat mehr haben, damit keine Werbung da ist. Wenn da vorhin nie Werbung da war. War schon ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ich hab's dann ohne Werbung für einen Monat gekauft und direkt gekündigt. Sodass ich dann quasi das noch für einen Monat habe. Weil, mein Gott, das ist mir zu nervig, mir irgendwelche Piraterie-Seiten rauszusuchen. Also, das würde ich natürlich sowieso niemals machen, wo man das gucken könnte. Also dachte ich, okay, drei Euro ist es mir wert, mal eben die drei Erderringe, die drei Hobbit-Filme und die zweite Staffel durchzugucken ohne Werbung. Und ich hab bis jetzt ungefähr die erste Hälfte von der ersten Folge von Rings of Power, Staffel 2 geguckt. So wie komplett Lord of the Rings 1, die gewährten für Lord of the Rings 2, die zwei Türme. Und jetzt schon, naja, so 30 Minuten oder so von der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, dem dritten Teil. Das heißt, danach kommen noch die Hobbits und dann die Serie. Das hab ich immer ganz gut gemacht, so zwischendurch, während ich editiere, vom Nails erstelle für Videos oder so oder Teamfight-Tactics spiele. Läuft's auf meinem zweiten Monitor. Und ich hab diese Filme schon so, 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 so oft geguckt. Aber die kann man auch gerne immer, 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 immer wieder gucken. Und dann möchte ich gerne auch noch darüber reden. Über Spiele mit Videospielen. Video, 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 Video. denn es ist schon jetzt seit paar Tagen draußen Metamorph Re Fantasio von Atlas, den Machern von Persona und Shin Megami Tensei. Und das Spiel wollte ich gerne unbedingt spielen, weil es ähnlich wie Persona aufgebaut ist. Warum sag ich nicht Persona? Bloß im Mittelalter Spiel, zumindest sieht es so aus. Eigentlich hatte ich auch die japanische Collectors Edition von dem Spiel von PlayAsia vorgestellt. Aber da gab es solche Lieferverzögerungen, dass ich das Ding gecancelt habe und mir dann jetzt noch einfache die Steelbook Variante für PC gekauft habe. So kommt es immerhin jetzt diese Woche hier endlich mal an, sodass ich das endlich mal spielen kann, obwohl sie ja jetzt schon zwei, drei Wochen oder so draußen ist. Dann am 31. Oktober, sollte in zwei Tagen sein, wenn ich dieses Video hochlage, kommt Dragon Age Vale Guard raus. Und ich weiß, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen keine Hoffnung mehr in das Spiel haben. Und ja, normalerweise pre-order ich auch kein Spiel. Habe ich jetzt aber doch schon gemacht. Ich habe ein ganz bestimmtes Video gesehen von jemandem auf YouTube, der die drei Klassen richtig gut gezeigt hat. Und ich muss sagen, Krieger, Kriegerinnen spielen oder auch Magierinnen sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe tatsächlich noch nie eins der Dragon Age Spiele gespielt. Ich war sehr kurz davor Inquisition damals zu spielen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen Open World Burnout. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt keine Attachments oder so zu den früheren Dragon Age Spielen habe, muss ich sagen, mir gefällt der grafische Stil richtig gerne. Richtig gerne. Was? Richtig gut. Ich weiß auch gar nicht, was Menschen haben, wenn die sagen, dass es schlecht aussieht. Ich meine, es sieht gut aus. Es ist halt doch mehr Comicartig. Anstatt überall realistisch. Muss ja nicht jedes Spiel so aussehen. Auch das ganze System sieht schon ganz cool aus. Und oh mein Gott, es gibt ein paar verrückte Heinis, die sich darüber beschweren, dass du in der Charakteredition deinem Charakter Narben von der Brustentfernung geben kannst. Was ist dein Problem, wenn das ein Grund ist, warum du dir das Spiel nicht kaufen willst, ne? Ah, darüber müssen wir nicht reden, ne? Ihr seid ja nicht so. Du bist ja nicht so, ne? Okay? Okay, gut. Okay. Aber kann ich nicht verstehen. Also habe ich es mir einfach vorbestellt, weil Mediamarkt einfach gerade unter Aktion hatte, dass man die Playstation 5 Version davon für 10 Euro billiger bekommt. Und sie haben es sowieso runtergesetzt in Anführungsstrichen auf 65 mit dem Code zu sagen, gibt es das Spiel dann für 55 Euro. Was ja in der Welt, ich will es gar nicht aussprechen, in der Welt wie heutzutage, wo AAA-Spiele meistens schon 70 bis 80 Euro kostenpillig ist, ne? Klar könnte man ein paar Monate warten und kriegt es noch billiger. Aber ich bestelle so seltene Spiele heutzutage noch vor. Und spiele sie zum Grinities. Da dachte ich, okay, das Spiel würde ich gerne spielen. Und dann, einmal wichtig hier für den ASMR-Kanal. Vielleicht kennt ihr das Spiel The Messenger. Gemacht von Sabotage Studios. Die danach dann Sea of Stars gemacht haben. Vielleicht könnt ihr einzelne beiden. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe dieses Spiel damals auf die Switch gekauft. Und habe es auf der Switch definitiv auch schon zwei oder sogar dreimal durchgespielt. Und es ist einfach so gut. Aber jetzt habe ich gesehen, dass es beim Steam immer ein Angebot war für 3,99 Euro. Und ich hatte es auf Steam noch nicht. Also habe ich es mir jetzt einfach auf Steam gekauft. Damit ich dieses komplette Spiel einfach in ein paar ASMR, wie ich es durchspielen kann. Also das komplette Spiel ist schon ein bisschen lang. Zehn Stunden hat es vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie schnell man es durchspielen kann. Wenn man denn jetzt wirklich schnell durchläuft. Also es gibt bestimmte Collectables. Das sind so grüne Münzen in diesem Spiel. Manche von denen sind richtig tricky. Ich weiß, dass ich bei einer locker eine Stunde gebraucht habe. Aber wenn man die jetzt zum Beispiel ignorieren würde, was ich vielleicht bei ASMR machen würde. Dann kommt man doch schon relativ schnell dadurch. Okay. Also das wird wahrscheinlich das nächste Game. Ich weiß, wir haben zum Beispiel schon Minecraft. Und das geht ja auch weiter. Dann Tiny Clades. Dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch ein paar machen. Dann Messenger. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht eins der Pokémon spiele. Als ASMR spielen möchte. Oder zum Beispiel... Was könnte man noch machen? Irgendein Visual Novel oder so. Oder irgendein anderes Spiel, das sich gut anhört. Also ja, Messenger in der Zukunft wahrscheinlich hier auf dem Kanal. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt. Vielleicht hätte ich das am Anfang sagen sollen. In zwei Tagen, auch am 31. Der sechsten ist der allererste Livestream. Livestream. Der allererste Livestream mit mir hier auf YouTube bei euch. Für ASMR. Ich habe mir noch nicht hundertprozentig überlegt, was wir machen. Vielleicht sind wir ein bisschen spontan. Und gucken, was die Menschen so wollen. Das dann natürlich auf Englisch damit auch alle mithören können. Und dann müssen wir mal schauen. In der Zukunft gibt es dann wahrscheinlich auch noch mehr Livestreams. Ich weiß nicht, wie viel ich dieses Jahr noch reinkriege. Vielleicht 1 im Dezember zu Weihnachten. Aber ansonsten ist dieses Jahr leider schon noch sehr voll mit Terminen bei mir. Darum muss ich schauen, dass ich das sowieso erstmal mit den normalen Videos schaffe. Ich habe auch noch vor, ich möchte gerne Videoschorts machen. Und die nehmen eigentlich gar nicht so viel Zeit weg. Weil so ein paar Triggers machen, so ein paar Sekunden finde ich schon. Und das geht ja logischerweise schnell. Man muss sich natürlich aber dazu überlegen, was man machen möchte. Man muss editiert werden. Man muss so klar werden. Bei der ganzen SAO Search and Check Optimization. Ich muss sagen, meine Fingernägelchen sind echt ein bisschen näherter geworden. Ich habe schon ewig Probleme damit. Meine Fingernägelchen sind immer so brüchig. Weil ich als Kind einfach richtig lange Nägel gekaut habe. Ich habe dann schon so ein anderes Zeug benutzt, um die Nägel zu werden. Das hat gar nicht so gut geklappt. Und dann habe ich jetzt aber Nailcare 2000 seit einer Woche oder so. Das ist tatsächlich so eine Art durchsichtiger Nagellack. Also er glänzt schon. Also man sieht definitiv, dass man was auf den Nägeln drauf hat. Das macht man ein, zwei Tage hintereinander rauf. Also am ersten Tag eine erste Schicht, am zweiten Tag eine zweite Schicht. Und am dritten Tag macht man das mit Nagellackentferner weg. Und dann macht man es neu rauf. Und da sind halt auch diese ganzen Stoffe drin, die dein Nagel braucht, um zu wachsen, um stärker zu werden. Gleichzeitig hast du eine extra Schicht drauf, dass sie ein bisschen fester sind. Was natürlich cool ist, wenn man Triggers mit seinen Nägeln machen möchte. Aber ich möchte natürlich heute auch noch eines benutzen. Ich habe hier zum Beispiel Verpackungsmaterial von einem Schrank, den ich bestellt habe. Das sind zwei dreieckähnliche Puppteile. Die man richtig gut in den Ländern maschieren kann. Aber erzähl mal, wie geht es denn dir? Und wie geht es euch? Und spielt ihr Dragon Age? Werdet ihr Dragon Age spielen? Oder auf welche Spiele freut ihr euch dieses Jahr noch? Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, was noch so dieses Jahr rauskommt. Ich glaube Ghost of Yotei. Darüber freue ich mich auch richtig. Das glaube ich erst nächstes Jahr. Das nächste Pokémon Legends Spiel ist glaube ich auch erst nächstes Jahr. Ich weiß, dass Sonic Generation, das Remake, wo es scheinbar ist, kommt noch raus, wenn es nicht sogar schon draußen ist. Viele Spiele, auf die ich mich freue, sind tatsächlich das nächste Jahr. Zum Beispiel das neue Rhone Factory. Okay, also, sag mir mal, wie du das Verpackungsmaterial hast. Also, wenn ich mir jetzt noch ein Dreieck davon nehme, kann man da gut drauf umtippen. Okay, weg damit. Dann habe ich jetzt was, was ihr alle noch heute machen müsst. Und zwar Zähne putzen. Zu 30. Mach 안내! Das wieder dabei. Die whatum dabei ben tips! Wenn sie nicht. ... Wie viele Boner haben. Mein nächster Zehnerstermin ist glaube ich in ungefähr drei Wochen. Ich hoffe, dass da alles okay ist. Lass ein paar Male machen wir mal wieder mal was. Ich hatte einfach über 20 Jahre lang keine Probleme mit meinen Zähnen. Und dann, 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 dann kam das alles. Aber zum größten Teil läuft gar nicht, jo. Oh. 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 Tju. 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 Tschuge-Tschuga-Tschuga-Tschuga-Tschuga-Tschuga-Tschuga-Tschuga Falls ihr nur wahr seid, hab ich eine Frage, eine ganz wichtige Frage, die ihr mir bitte beantworten könnt. bitte 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 bitte, ist ganz wichtig Wie würdet ihr ein deutsches ASMR-Video finden wo wir uns Memes von ich im echten Themen auf Reddit angucken. Okay, das ist das, die deutsche Äquivalente zu dem Me IRL Subreddit. Kennt ihr bestimmt, ne? Wenn ich schon mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Kommentarbereich gelesen habe, dieses Video ist nun Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Das hat wahrscheinlich bei Ich IRL angefangen, nämlich im echten Leben. Da darf nämlich nur Aufzwang, die germanische Sprache verwendet werden. Und kommt da gar nicht erst mit Fremdwörtern an oder Abkürzungen. So, also die Point of View wird da halt auch mit Punkt der Sicht geändert. Das ist eigentlich richtig lustig. Ich habe hier auch noch so ein Granitsteinchen oder Steinchen. Keine Ahnung, ob es Granit ist. Das letzte Mal, als ich den benutzt habe, hatte ich einfach zwei davon und die wurden gegeneinander gerieben. Aber ich dachte, sorry, da musste ich gerade weg. Weil das Mikrofon das hier auf einmal Störgeräusche gemacht hat. Ich habe so zwei Mikrofons, Mikrofone, das TESCAM und hier das SR3D. Die sind beide sehr empfindlich, wenn irgendwo ein Telefon mit Empfang, die können das so gar nicht ab. Aber dieses Mikrofon hier ist schon ziemlich krass. Hört mal genau hin. Ich glaube, ihr hört die Heizung ziehen. Ja, ne, wir machen die mal ein bisschen tiefer. Das Ding ist halt, dass es einfach mittlerweile kalt da draußen wird. Und hier im Kellerzimmer ist es besonders kalt. Das heißt, ich mache hier jetzt schon Heizung an und sitze hier auch schon mal im Oversize-Holier um. Und habe am Fenster einen Deckel, damit es nicht durchzieht. Ja, was man nicht alles macht, ne. Ich muss sagen, der einzige Nachteil, den ich hier im Keller feststellen musste, ist halt wirklich... ...dass man hier immer die Fuß tapfen, die... ...die hört, wenn jemand oben rumläuft. Darum nehme ich eigentlich gerne Videos auf, wenn ich alleine zu Hause bin. Und dann auch immer ganz viel am Stück. Aber jetzt gerade wollte ich dieses Video jetzt aufnehmen, also... ...I don't think you can do about it. Von allen möglichen Kartons, die ich habe, muss ich sagen, dass dieser Scrub-Mummy-Karton wirklich einer meiner liebsten Teile ist. ...um Kortch mitzumachen. Und du heute einmal den Beton hast. Und die Scrub-Mummy selbst. Die ist pink. So wie hier. Okay. Okay, muss ich sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne Gute Nacht. Und ich hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal, vielleicht sogar beim Live-Stream wiedersehen. Und wenn du leider nicht einschlafen konntest und immer noch wach bist, dann tue mir einen Gefallen. Und poste ein Sterne-Emoji. Dann weiß ich, dass ich mich nächstes Mal besser einschränken muss. Okay, guten Abend. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020